Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Jahreszeit in Forza Horizon 5, der letzten Saison in der Serie 9 und das Thema ist ja noch einmal hier Hot Wheels. Und das ist ja nicht das letzte Mal, dass wir hier mit Hot Wheels zu tun haben, denn erst am kommenden Dienstag, also dem 19. Juli, geht es ja offiziell los mit der ersten Erweiterung und die steht ja im Lichte von Hot Wheels, da es ja eine komplette Hot Wheels Welt geben wird. Und was dort alles dann so erfahrbar und freizuschalten ist, das schauen wir uns natürlich dann auch in den nächsten Wochen genauer an, aber zunächst einmal hier auch nochmal ein kleiner Hinweis auf das Sendeprogramm von Playground Games, denn wahrscheinlich wird es am kommenden Montag auch wieder einen Update-Stream geben. Wahrscheinlich wird man auch am kommenden Montag nochmal etwas detaillierter auf die Hot Wheels Map und das Gameplay schauen, also wer das alles vorab nicht verpassen möchte, bevor es dann selbst losgeht mit dem DLC, der sollte auf keinen Fall vergessen hier auch den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, denn das alles schauen wir uns natürlich nach dem Livestream im Detail nochmal an. Damit aber zunächst noch einmal zurück zur aktuellen Jahreszeit, denn dort gibt es jetzt den Hot Wheels Nash Metropolitan freizuschalten bei 20 Punkten. Wer das Glück hatte, den Wagen über einen Wheelspin in den letzten Wochen bereit zu ziehen, der bekommt ihn also jetzt ein zweites Mal. Wir starten mit dem wöchentlichen Forzaton, da brauchen wir den Buick Regal GNX, also den Grand National X und mit diesem Fahrzeug müssen wir zunächst einmal zwei Sterne bei einem beliebigen Blitzer erzielen. Anschließend müssen wir ein Straßenrennveranstaltungsrennen gewinnen, also das sind die blauen und dann noch einmal eine Straßenszene-Rennveranstaltung, das sind die lilafarbenen Rennveranstaltungen. Damit haben wir den Forzaton erledigt, bekommen 5 Punkte und 160 Forzaton-Punkte für den Shop. Bei den täglichen Forzaton-Herausforderungen gilt natürlich wie immer, die schalten wir erst nach und nach jeden Tag eine im Laufe der Woche frei, aber für jede absolvierte bekommen wir wie immer einen Punkt und 20 Forzaton-Punkte. Darunter sind teilweise so einfache Aufgaben, dass man sie oftmals erledigt, ohne es bewusst zu merken, wie beispielsweise die erste, die wir heute schon erledigen können, die nennt sich Bleifuß. Da müssen wir einfach eine Burnout-Fähigkeit mit einer Geschwindigkeitsfähigkeit innerhalb von 30 Sekunden kombinieren. Schauen wir als nächstes in den wöchentlichen Forzaton-Shop und dort gibt es mal wieder ein Exklusivfahrzeug. Und zwar den Lamborghini Gallardo Spider Performante aus 2012. Und wer den Wagen in der Vergangenheit verpasst hat, hat eben jetzt hier die Möglichkeit, ihn einfach für 700 Forzaton-Punkte zu kaufen. Das ist in Anbetracht des Wertes dieses Fahrzeugs eigentlich gar nicht so schlecht. Wie viel er genau wert ist, das schauen wir uns später aber nochmal im Detail an. Das Hot Wheels Sommer Outfit, also ein Kleid, das gibt es hier für 75 Punkte auch diese Woche. Dann gibt es noch den Ferrari FXX und dann gibt es noch eine Hupe von Hot Wheels. Also all das auch so ein bisschen im Zeichen der bevorstehenden ersten Erweiterung. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die wöchentliche Prüfungsveranstaltung mit dem Namen Hauptstraße. Hier gibt es den Chevy Camaro aus 1969 zu gewinnen, aber viel wichtiger, es gibt gleich 10 Punkte für die Festivalspielliste, also die Hälfte der Punkte für den Hot Wheels Wagen in dieser Woche. Und dafür müssen wir mit einem Retro Muscle Car der C-Klasse unschlagbare Driver-Tage im Team online besiegen. Das Ganze findet hier bei Panoramica der Sprintstreckenveranstaltung, also einer Straßenrennserie statt. Weiter geht es dann mit einer Eventlab-Veranstaltung. Hier ist ein kleiner Fehler, zumindest in der Beschreibung, denn hier lautet es, wir müssen mit einem A-Klasse-Fahrzeug bis 800 an den Start gehen. Ihr seht aber rechts unten S1-Klasse bis 900 ist erlaubt. Und dafür gibt es den Ford Mustang Spec 5 RTR freizuschalten und 3 Punkte Fortschritt für die Festivalspielliste. Bei den saisonalen Spielplatz-Partien mit dem Namen Überleben können wir den 1970er Ford GT 70 freischalten. Das Ganze muss mit dem VW Buggy, der im Hintergrund zu sehen ist, erledigt werden, und zwar in der D-Klasse bis maximal 500. Auch hier gibt es natürlich für das Spielen von Überleben, Flaggenjagd und dem Spiel König noch 3 Punkte obendrauf für die Festivalspielliste. Als nächstes gibt es auch wieder 3 saisonale PR-Stunts, wie beispielsweise den Gefahrenschildsprung, Basejump für 2 Punkte und einen Super-Wheelspin, müssen wir hier mit einem seltenen Klassiker der B-Klasse bis 700 400 Meter weit springen, und zwar beim Gefahrenschildsprung, der direkt am Horizon Rush Außenposten zu finden ist. Daneben gibt es noch den Blitzer Caleron, da müssen wir für einen Super-Wheelspin und 2 Punkte mit einem Streckenspielzeug der Kategorie Extremstreckenspielzeuge in der S2-Klasse 273,6 kmh schnell sein. Ihr seht, das ist über dem 3 Sterne, zählt also auch wieder eine anspruchsvolle Herausforderung, aber mit ein wenig Tuning sollte auch das gut machbar sein. Der letzte PR-Stunt in dieser Woche ist dann noch eine Blitzer-Zone, Rio vor Erte, hier müssen wir mit einem modernen Supersportwagen der A-Klasse 177 kmh schnell sein. Es bleibt hier eigentlich der BMW i8, den wir eben auf dem Cover schon gesehen haben, dafür muss man natürlich ein bisschen was tunen. Oder auch eine gute Empfehlung, der Lamborghini Gallardo Spider Performante, den man auch aktuell im Forza-Ton-Shop kaufen kann, mit dem geht es nämlich auch ohne Tuning. Dann gibt es zwei saisonale Meisterschaften, da nennt sich eine Exoten und wir können hier den Ferrari 365 GTB 4 freischalten mit einem Retro-Supersportwagen der A-Klasse bis 800. Natürlich müssen wir die Meisterschaft am Ende auch gewinnen und ihr seht, ja dazu zählen solche Klassiker wie Lamborghini oder auch Ferrari oder vom Porsche der 911 GT3 aus der 996 Baureihe, der 911 GT2 aus der 993 oder der Porsche 959. Bei der Saison-Meisterschaft heiße Tuner gibt es auch gleich einen Porsche nochmal zu gewinnen und zwar den 911 GT3 996. Das ist eine Straßenszene-Veranstaltung, bei der wir ebenfalls wie schon zuvor fünf Punkte kassieren können und wir müssen hier mit einem Retro-Sportwagen antreten. Also kein Retro-Super-Sportwagen, sondern ein Retro-Sportwagen, dafür auch eine Klasse darunter und zwar in der B-Klasse bis 700, ihr seht, dazu zählen, wie der Name der Meisterschaft auch sagt, doch einige typische Tuning-Fahrzeuge der 90er und Anfang der 2000er. Dann gibt es diese Woche auch wieder mal eine Schatzsuche mit dem Namen Geschwindigkeitsmaschinen. Der Hinweis lautet, deutsche Sportwagenhasen sind am schnellsten und teilen jede Zone in drei Teile. Ja, mit dem Sportwagenhasen, damit ist der Spitzname für den Rabbit gemeint, also der Golf 1er GTI, der hat nämlich den Spitznamen Rabbit getragen, zumindest in den USA, soweit ich weiß. Damit müssen wir drei Sterne bei einer beliebigen Blitzerzone und das ist dann der Rest des Hinweises erledigen, um den Hinweis für den Schatz zu bekommen. Wenn wir den Schatz dann durchfahren haben, gibt es drei Punkte Fortschritt und 100 Fortschritte und Punkte, die sich in der Schatzkiste verstecken. Auch die Foto-Challenge ist in dieser Woche relativ schnell erledigt. Mit dem Hashtag Straßenbestier lautet hier die Aufgabe, fotografiere ein beliebiges modernes Musclecar beim Horizon Straßenszene Außenposten. Ich denke, der Außenposten ist anhand des Hintergrundes hier jedem sehr geläufig, also das ist die einzige Aufgabe, hier ein modernes Musclecar da fortzufotografieren und dann gibt es eine Forza-Link-Phrasenbelohnung und zwei Punkte Fortschritt. Zuletzt gibt es dann noch eine Horizon Open Herausforderung Rasa für zehn Geschwindigkeitsfähigkeiten in einem Horizon Open Event aus für den Ford Raptor aus 2017 und zwei weitere Punkte in der Festival-Spielliste. Schauen wir nochmal ganz kurz auf das Fahrzeug der aktuellen Woche, der Hot Wheels Nash Metropolitan. Ausführlich hatte ich dazu ja schon einige Infos gegeben am Anfang der Serie 9. Wer das also verpasst hatte, rund um die Infos über die Hot Wheels Fahrzeuge, gern nochmal auf die Sommerausgabe der Serie 9 schauen, denn dort hatte ich alle Hot Wheels Fahrzeuge so ein bisschen eingebettet in die aktuelle Hot Wheels Welt. Dazu eben auch der Hot Wheels Nash Metropolitan, denn der ist ja seit Anbeginn der Serie 9 über einen Wheelspin zu gewinnen und jetzt eben auch in der Festival-Spielliste nochmal. Zum Abschluss werfen wir einen Blick in das Auktionshaus, denn es gibt ja noch den Peel Trident freizuschalten bei 40 Punkten. Wer den Hobel verkaufen möchte, was ich durchaus verstehen kann, der kann bis zu 8 Millionen bekommen hier im Auktionshaus. Und abgesehen vom Peel Trident gibt es ja noch aus dem Forzatron-Shop den Lamborghini Galliado Spider Performante. Auch den kann man im Auktionshaus verkaufen, 20 Millionen bekommt man wahrscheinlich eher nicht dafür. Aber ich denke mal, wer ein paar überflüssige Forzatron-Punkte in Geld verwandeln möchte in Credits hier im Spiel, der kann das natürlich für ein paar Millionen mal versuchen. Ich schätze mal so 5 bis 8 Millionen sollte man für den Wagen ganz sicher aktuell bekommen. Und bevor wir nun am Ende der gesamten Serie 9 und natürlich auch am Ende dieses Wochenvideos sind, ich persönlich würde rückblickend der gesamten Serie 9, ich glaube, eine 3- geben. Also nach klassischen Schulnoten 1 bis 6 so eine 3-. Auf der einen Seite hatten wir den CarPass gehabt mit drei Highlight-Fahrzeugen. Auf der anderen Seite waren aber auch eine Menge Hot Wheels-Fahrzeuge schon dabei, bei denen ich mir gewünscht hätte, dass man die eher ins DLC mit reinpackt und stattdessen jetzt lieber noch ein paar, in Anführungsstrichen, normale Fahrzeuge reinpackt in die Serie. Aber ja, das ist wie gesagt für mich so eine durchmischte Serie da gewesen. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, welche Schulnote du jetzt der gesamten Serie geben würdest. Also dem Sommer, dem Herbst, dem Frühling und natürlich dem Winter gemeinsam als eine Note zusammengepackt. Ich bin gespannt, wie ihr die Serie 9 fandet. Bevor wir jetzt gleich Schluss machen, am Montag nochmal Erinnerung. Da gibt es den Update-Stream zur Serie 10 und natürlich weitere Infos rund um Hot Wheels. Das wird uns ja dann die nächsten Tage deutlich mehr beschäftigen. Haut rein, viel Spaß am Zocken und natürlich Däumchen nach oben dalassen und den Kanal abonnieren. Ciao!